Benni versteht die Welt nicht mehr, hier bei Breath of Fire 3. Wir haben im letzten Part ein komisches Monster besiegt, der ein Monsterauge getragen hat, mit dem er uns Monster ownen wollte. Und den konnten wir besiegen, trotz wenig HP, die wir hatten. Und dann plötzlich tauchte irgendeine Fee auf, irgend so ein Kackscheiß. Die meinte, wir hätten irgendwas Böses gemacht. Und jetzt hat sie uns etwas gegeben, womit wir, wenn wir zu einem Blumenbeet kommen, die wir schon mal getroffen haben, dort können wir dann zu ihrer Welt kommen und wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir Monsterärger und... Ich verstehe langsam die Welt nicht mehr. Was habe ich denn falsch gemacht? Bitte schön. Oh Gott, warum ich? Was habe ich der Welt nur angetan? Ich will einfach nur jetzt hier raus. Ich habe so wenig AP. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. So, jetzt werden die wahrscheinlich abhauen. Was anderes können die nicht. Miss. Escape. Kommt, verpisst euch doch einfach. Verpisst euch. Dieses Spiel regt mich auf. Ohne Quatsch. Das Ding ist heftiger als Digimon World 2003. Und ihr wisst, wenn ihr das geguckt habt, das war heftig. Das hier, das... Boah. Ne, du. Ich brauche schöne Momente. Ohne Quatsch. Wenn die meinen, ich habe was falsch gemacht, dann hole ich meine Anwaltsskills von Phoenix Wright raus und mache sie kalt. Dann verteidige ich hier mein Recht mit Einspruch und so. Und mal ehrlich, ich habe echt keinen Bock auf dich. Ich muss hier raus. Ich habe keine AP. Ich bin müde. Ich will einfach nur pennen. Oh Gott. So, jetzt klettern wir hier runter. Dummdi-dum-di-dum. Dummdi-dum-di-dum. Hm. 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 Wir drehen denen den Rücken zu und sagen, sprecht zum Rücken. Denn dem Kopf interessiert es nicht. Dummdi-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Wo ist denn überhaupt hier der Ausgang? Der war doch hier irgendwo. Ach Gott. Bam, 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 bam. Oh Gott. Bloß nicht. Och, come on. Hier sind solche Leute und dann kann ich nicht abhauen. Okay. Was wird das? Ich verstehe das nicht. Ach so. Und jetzt trifft sie uns. Ja, klar. Leute, lasst mich doch in Ruhe. Ganz ehrlich. Danke. Ich hab keine Lust mehr auf diese Scheiße. Ich will doch einfach nur hier raus. Wo ist mein Fluchtseil? Wo ist mein Fluchtseil, wenn ich es brauche? Und jetzt muss ich noch den Umweg nehmen. Weil ich keine Momo hab. Momo, wo bist du? Hilf mir. Die wäre echt verdammt gut gewesen. Weil die keine AP braucht für großen Schaden. Oh Gott. Lasst mich in Ruhe. Erwild. Lass mich abhauen, bitte. Danke. Danke. Ich will hier jetzt einfach nur weg. Ich will hier weg. Komm. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir kommen hier raus. Ja. Ja. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich muss mich erst mal ausruhen. Okay. Wo ist das Inn? Das Inn. Das war doch hier. Da. Ich brauche dich. Ich könnte auch campen. Aber ich brauche jetzt ein schönes warmes Bett. Schön weich und so. Ich muss mich ausruhen. Danke. 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 Danke, lieber Gott. Oh ja. Speichern. Speichern. Das klingt gut. Nachdem ich so viel Kacke durchgemacht habe. Ohne Quatsch. Ohne Quatsch. Das wäre sehr schön, hier zu speichern. Danke. Oh Gott. Jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen. Alter. Wenn ich jetzt keine Monsterbelohnung von Bait bekomme. Dann setzt es was. Dann setzt es was. Dann töte ich ihn. Dann reiße ich dem den Kopf ab. Bait. Ich will eine Million Zenni. Und zwar jetzt sofort. Plus Bearbeitungsgebühren. Und von dir auch, Zick. Du hast den Leuchtturm wieder angemacht. Wir sind glücklich, Leute wie dich hier in der Nähe zu haben. Tja. Und was sagt dein Affenfreund? Ich habe gehört, da ist ein großes Auge gewesen. Es ist gut, dass du nicht gegangen bist. Was, Zick? Bait. Wo ist mein Geld? Ich danke euch. Wir sollten nur ein bisschen länger warten für das Schiff. Wo ist mein Geld? Ich danke dir. Sobald das Schiff da ist. Wenn wir euch überall hinbringen, wo ihr wollt. Ja, wo ist denn mein Geld? Ich will Geld. Mit eurem Dankeschön und so kann ich mir nichts kaufen. Oh Gott. Diese Welt ist so unfair. Kommt, Leute. Sagt was. Sagt was. Sagt, dass das unfair ist. Benni soll Geld bekommen. Damit er sich schöne Sachen kaufen kann. Und nicht nur Dankeschön, Dankeschön. Ich meine, ihr dürft Danke sagen gehen. Ihr dürft unter dem Video Danke schreiben. Das ist was. Aber, aber. Hier im Spiel? Ich will doch nur ein bisschen Geld. Ich muss Sachen kaufen. Oh Gott. Und ich weiß nicht mehr, wo der Ausgang ist. Oh Gott. Ich hasse diese Stadt. Ich will hier nichts mehr mit zu tun haben. Naja. Wir können wenigstens Ausrüstung mal noch auschecken. Hm, 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 hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Wir könnten Gas, Verteidigung ordentlich hochbringen. Mit nur 1 Agility weniger. Da er jetzt die Frontposition bezieht, macht das sogar vielleicht Sinn. Aber noch weniger, äh, soll er nicht kriegen. Noch weniger Agility, dann ist er ja überhaupt nicht mehr beweglich. Halte ich nicht für sinnvoll. Ah, Items. Vergiss jetzt bloß die Items nicht. Ja, ich brauche Items, alter Mann. Ich brauche wieder Healing Herbs. So viele wie du hast. Vitamine, wie viele habe ich denn? Ach, 30, das reicht doch. Warum gibt es kein Item, das, äh, AP bringt? Warum nicht? Warum geben die so etwas nicht? Und Ammonia habe ich immer noch nicht verschwendet. Das scheint Ninas Fähigkeit zu sein, von den Toten einfach zu erwachen. Cool. Ne, das sind diese Blocker. Die will ich nicht. Oh Gott, ich will hier raus. Also anscheinend können wir nicht weiter, ehe wir mal mit diesen Feen gesprochen haben, was auch immer ich falsch getan haben soll. Ich verstehe es nicht. Was habe ich denn getan? Da haben wir sowas. Blumen, Blumen, la la la. Ja komm, wir benutzen das jetzt einfach mal. Oh, schöne Musik. Okay. Bäume. Ich sehe Bäume. Das habt ihr davon, hier mich zu beschimpfen. Was ist das? Nichts Neues? Aha. Was soll denn das jetzt heißen? Okay. Sandy? Geht es hier auch hoch? Was ist das denn jetzt für ein Gebiet? Was hat dieses Haus auf sich? Und ich habe keine Lust jetzt, Bäume weiter zu zerhackseln. Ein Steg? Sand? Was zum... Wo bin ich? Irgendwie kommt mir ja der Ort bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Okay. Ein einsamer Baum, der nichts bringt. Ich würde vorschlagen, wir gehen vor allem mal in dieses Häuschen rein. Hmm. Das ist also die andere Seite des Leuchtturmes dann. Das ist richtig, Dummi. Deswegen haben wir gesagt, es nicht anzumachen. Was... Was sollen wir denn jetzt tun? Jetzt, wo das Licht an ist, El? Was wir jetzt tun werden? Du weißt, was jetzt passiert, May. Die Monster werden jetzt nach uns kommen. Oh. Ach so. Hm. Ich weiß das. Deswegen frage ich dich, was wir jetzt tun sollen, du Dummi. Müssen die sich immer rumdrehen da, bevor die reden? Ich bin kein Dummi. Nur Dummys nennen Leute Dummys. Nennst du mich etwa eine Dummi, El? Wow. Heilige Scheiße. Hört auf damit. So, das ist unser Problem. Was werdet ihr denn dagegen tun? Ja, wir? Naja, ich denke... Wir könnten dieses Monster für euch töten. Gute Idee. Oh Gott. Sieht aus wie ein Kokon. Oh Gott. Hier soll ich auch noch Feen helfen. Ich verstehe es nicht. Also. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier einfach ein bisschen chillen? Jaja, wir warten jetzt einfach mal, bis Nacht eintritt. Honig spielt hier ein bisschen mit Krabben. Ich wundere mich, ob wir irgendetwas sehen werden. Hey! Was ist das? Kommt was? Was ist es denn? Komm schon. Böse Musik. Ist das der Hai? Der weiße Hai? Oder was? Hier kommt's. Lass es uns packen, wenn er seinen Kopf aus dem Wasser zeigt, okay? Zückt eure Waffen! Jetzt wird gemorchelt. Die haben echt die Musik davon übernommen. Vom Hai. Ich glaub's nicht. Die Musik hört sich viel zu ähnlich dafür an. Mann, ist Capcom bescheuert. Ja, okay. Jetzt kommt's langsam. Es kommt, es kommt, es kommt. Au! Au! Das... Das ist das Monster? Es ist ein Delfin. Alter, wir haben Delfin verprügelt. Scheiße. Da tut mir sowas von leid. Ich mag doch Delfine. Delfine sind sehr schöne Wesen. Aua! Wofür war das denn? Ähm, sorry. Ja, sorry. Es ist nur, dass uns gesagt wurde, dass uns ein Monster kommt. Und wir dachten, du wärst es also. Naja, jeder macht so einen Fehler hier und da. Keine Angst. Warum erzählt ihr mir nicht von diesem Monster? Er ist ein netter Delfin, ist er nicht? Der ist mir ein bisschen zu nett. Ich frage mich, ob er es ist, wovor die Feen so Angst haben. Lass uns sie fragen. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Der Delfin guckt... Oh! Sag mal! Hä? Was ist denn mit dir los, hä? Dass du hier so mich angreifst? Alter! Hast du mich gerade voll gespritzt? Keine Angst, Kumpel. Aber es ist deine Schuld hier. Ich habe nur auf die schicken Weiber hier geachtet. Aber du möchtest es wohl austragen hier, hä? Was ist mit diesem Leuchtturm überhaupt? Ja, bekloppte, blutige Kacke hier. Ich kann mir ja den Abend nicht genießen, wenn es hier so rum scheint. Mach es sofort aus. Kapiert? Oder ich werde dich so vermöbeln, bis dein Arsch hier in Richtung Mond geht. Sag mal. Ach so. Für Spieler, die nicht australisch sprechen. Deshalb hatte ich Probleme mit dem Übersetzen. Wir haben... Wir haben eine englische Übersetzung für die letzte Szene. Okay, bitteschön. Ich konnte es nämlich nicht gerade richtig lesen. Capcom, ihr seid so genial. Hey! Was fällt dir eigentlich dafür ein, mich hier zu schlagen? Capcom, ihr seid so genial. Hahaha. Okay. Ich war nur so nett wegen den heißen Weibern hier. Aber das habe ich ja noch gut getroffen. Wenn es nur du wäre, also wenn es nur dich gäbe, dann würde ich nicht zurückhalten. Verstanden? Was ist überhaupt mit diesem Leuchtturm? Wenn es an ist, dann geht dieses Licht gegen meine Augen und ich kann nicht schlafen. Also schalte es gefährlichst ab, kapiert? Wenn du es nicht tust, dann werde ich wahrscheinlich noch richtig böse mit dir sein. Kapiert? Hm, da fand ich meine Arschversion ein bisschen besser. Alter, der hat mich voll gespritzt. Das ist eklig. Er hat uns gesagt, wenn wir das Licht nicht ausmachen, dann wird er uns essen. Könnt ihr euch das vorstellen? Hey, das Licht ist halt viel zu hell, kapiert ihr? Ich kann nicht schlafen, okay. Ja, ich klop dir dann ganz heftig auf den Kopf, dann schläfst du. Also, könntet ihr vielleicht es für mich ausmachen? Nö, ganz bestimmt nicht. Wenn du es ausgemacht haben möchtest, dann tu es selbst, Dummi. Oh, der ist angepisst. Das ist richtig, du Dummi. Warum musst du uns hier überhaupt anmachen? Oh Gott, der Typ ist angepisst. Lass uns alleine. Du großer dummer Delfin. Wow! Scheiße, scheiße! Halte die Fresse! Ich sollte euch auf Öl braten. Und euch als Mitternachts-Snack verdrücken. Oh Gott, der ist angepisst, du. Ich hab genug von dem Scheiß! Ihr seid tot! Ihr seid alle tot! Angepisster Delfin will kämpfen! Aber das machen wir im nächsten Part. Bis dann! Bis dann!